So meine Lieben, und damit also Willkommen zu diesem kleinen Infovideo bezüglich dem WM, ja Vorbereitungsspiel heute Abend zwischen Deutschland und Armenien. Und ihr hört es vielleicht an der Stimme, Schlappi hat richtig gute Laune, ich denke ihr habt es mittlerweile mitbekommen, ab morgen geht es für mich in Urlaub. Und deswegen, ja habe ich gedacht, wollen wir heute die Chance nochmal nutzen, zusammen ein bisschen über die WM zu quatschen. Sprich, ich werde das Spiel Deutschland vs. Armenien, was ein Hammerkracher, nochmals live kommentieren. Sprich, bei marcel-ist-reif.de ist das ja möglich, haben wir schon beim Champions League Finale gemacht und wird es auch noch das ein oder andere Mal geben, wenn ich dann wieder vom Urlaub daheim bin. Aber nochmal für euch, wie gesagt, zur Info, unten in der Videobeschreibung ist ein Link, da klickt ihr einfach drauf, dann kommt ihr direkt auf meine Seite, sozusagen bei marcel-ist-reif.de. Schaltet dann um viertel neun, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, Anpfiff ist um dreiviertel neun, also um viertel neun, den Fernseher an, macht am besten dann auf lautlos, damit ihr am Fernseher nichts hört. Geht auf die Seite, auf den Link, der unten in der Videobeschreibung ist. Ja, und dann habt ihr mich als Kommentator. Dann seht ihr das Spiel Deutschland vs. Armenien hoffentlich mit einem Sieg nochmal für unsere deutsche Nationalmannschaft und habt mich als Kommentator. Und dann können wir ein bisschen über die WM quatschen, möchte ich zum einen natürlich auch zum anderen, ähm, zwecks Urlaub, zwecks Videos. Wenn ihr noch Fragen habt, werde ich da alles beantworten. Also das wird heute schon natürlich so ein bisschen Kommentatoren-mäßig, aber ich will auch auf die ein oder andere Frage von euch eingehen, damit da alles geklärt ist und ich dann seelenruhig und ganz entspannt morgen früh um sieben ab in den Urlaub kann, Freunde. Ist das nicht was? Ich würde sagen, ich hoffe, ihr seid dabei. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung, ist ganz einfach, klickt um viertel neun vorbei und dann erkläre ich alles. Von dem her, kein Thema, kein Stress, ich hoffe, ihr seid mit an Bord. Ich freue mich auf heute Abend und auf eure Fragen und auf eure Anregungen und auf alles. In dem Sinn, wir sehen uns, bis dahin, euer Badeschlappen, Servus!